Tja, und weil ich so viel mit meiner Herde herumgezogen bin, habe ich nie etwas anderes als Langhälse kennengelernt. Aber bei allem, was passiert ist, weiß ich jetzt, dass es toll ist, alle möglichen Arten von Freunden zu haben. Ja, und das in allen Formen und Größen. Lasst uns alle zusammen stehen, Ob wir fliegen oder gehen, wird unsere Welt ein Eden voll Spaß und Freude. Denn jede Art ist wichtig fürs Morgen und für das Leben. Lasst uns alle zusammen stehen, dicke Stampfe, lange Beine. Ganz egal, von welcher Art wir aus sind, die Sonne scheint doch für ein jegliches Gift. Es gibt keinen, der hier besser wär. Drum glaubt mir, es ist gar nicht schwer. Ganz egal, woher. Lasst uns alle zusammen stehen, Flügel, Beine, große, Kleine. So schaffen wir uns heute ein Tal der Freude. Geborgenheit und Freuheit auch morgen und alle Zeit. Lasst uns alle zusammen stehen. Freunde, Freunde, fremde, reicht euch die Hände. Schaffen wir die Welt von morgen schon heut. Damit jeder lacht und vom Herzen sich freut. Dieser Weg ist gut für jedermann. So lebenswichtig, doch dazu braucht man jedermann. Mann. Amen. Amen. ossa. Untertitelung des ZDF, 2020